Seit nunmehr 160 Jahren beschäftigt sich das Unternehmen Üsker mit der Textilenwelt. Heute sind wir auch dank der Innovationskraft unserer Mitarbeiter einer der international führenden Hersteller von Geokutschstoffen und technischen Textilien. Wir sind hoch spezialisiert und haben mit dieser ersten Roboterzelle einen Prototyp geschaffen, den es, wie unsere Produkte, nicht von der Stange gibt. Nach den positiven Erfahrungen mit der Implementierung unserer ersten Automatisierungsanlage in diesem Bereich, werden wir den Einsatz von Robotic weiter ausbauen. Und mit ABB haben wir einen starken Partner gefunden, der uns unterstützt und den Gestaltungsraum bietet, den wir brauchen. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Bis zum nächsten Mal.